Viele von euch haben das bestimmt auf Instagram gesehen und sich gefragt, was er da überhaupt gemacht hat. Das war ein Ausschnitt vom Totengebet. Und zwar der letzte Teil vom Totengebet. Das Totengebet geht ziemlich einfach. Es hat weder Rugu' noch Sujud, das heißt keine Verbeugung und keine Niederwerfung. Man macht jetzt in Strien und man macht vier Tekbirat und nur ein Taslim. Meinungsverschiedenheit, es gibt einige, die machen zweimal Taslim, aber es ist so oder so Pflicht einmal zu machen und zweimal ist Sunnah.